das sieht auch sehr vertrauenserweckend aus hier gucken wir mal ob wir mit dem viel klarkommen scheint zu gehen ausdauer geht zwischen hier runter braucht mehr ausdauer definitiv die fücher die wir runter bekommen die geben tolle fünf erfahrungen oh Hoppala. Was willst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Besser, du verschwindest wieder. Hier gibt es nichts für dich. Äh, bla 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 bla. Genau, Kaldriem schickt mich. Kaldriem schickt mich. Wenn du hier bist, um uns zu töten, dann quatsch nicht so lange. Bringen wir es hinter uns. Das ist nicht persönlich. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, weil ich das Elex vom Mana-Schein gestohlen habe. Was willst du sonst von mir? Warum hast du das Elex gestohlen? Was interessiert dich das? Am besten du verschwindest wieder und kommst nie wieder zurück. Ich will es nur wissen. Ja, hm, nun. Ich will es wissen und ich werde dich auch nicht verraten. Wie kann ich mir dessen sicher sein? Kannst du nicht. Ah, ja. Also, doch. Nutze deine Chance, aus der Sache rauszukommen oder lass es bleiben. Hm. Okay. Ich werde es dir erklären. Aber denk dran. Solltest du irgendetwas versuchen, werde ich deinen Schädel einschlagen. Alles klar? Klar. Gut. Was genau interessiert dich daran? Wofür brauchst du das Elex? Hm. Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Hast du schon mit dem verwirrten Hescher gesprochen, der hier rumläuft? Nein. Dieses Ding war... ist mein Bruder Grima. Er wurde vor einiger Zeit von den Alps zu einem Konverter verschleppt. Doch er muss irgendwie entwischt sein und hat sich versteckt. Offenbar hat er sich im Konverter eine ganze Weile ausschließlich von Elex ernährt. Und als ich ihn endlich befreien konnte, war er mutiert, so... Naja. Das Ergebnis kann man ja sehen. Jetzt leidet er furchtbare Schmerzen. Aber solange er Elex bekommt, geht es ihm etwas besser. Ah, okay. Kann ich verstehen. Ich kaufe dir das Elex ab. Gib mir das Elex Suggestionen. Du fütterst deinen Bruder mit Elex? Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ohne das Elex stirbt er vermutlich. Im Konverter haben sie ihm natürlich alles Elex seines Körpers entzogen. Als eine Art Entzugsreaktion hat er vermutlich angefangen, ohne Pause Elex zu sich zu nehmen. Jetzt sieh, was aus ihm geworden ist. Wenn die Berserker in Goliath nicht so unnachgiebig wären, dann würde ich ihn da behandeln. Vielleicht könnte er mithilfe von Mana geheilt werden. Aber der Gedanke führt zu nichts. Sie würden ihn auf der Stelle töten. Also ich würde ihm auch gerne helfen, wenn es die Option gäbe. Wir sollten sein Leiden beenden. Na ja, nun, gute Frage. Kannst du das Elex behalten? Ja, ist die Frage, ob das überhaupt lebenswert ist für ihn. Ich schwanke zwischen, du kannst es behalten, weil er hängt an seinem Bruder. Und das ist ein bisschen wie Sterbehilfe. Das ist echt scheiße, sowas. Sowas will man eigentlich nicht entscheiden. Nicht mal im Spiel. Ich meine, einerseits quält er sich. Du kannst das Elex behalten. Ich hätte es dir auch nicht gegeben. Was wirst du Kaldrim sagen? Ich werde sagen, dass ich deine Leiche gefunden habe. Das klingt nach einem guten Plan. Ich habe noch ein paar Splitter, die Grima übrig gelassen hat beim Fressen. Ich denke, du wirst damit etwas anfangen können. Ich bin froh, dass wir eine friedliche Lösung finden konnten. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich werde alles versuchen, meinen Bruder von dieser Krankheit zu heilen. Da ist er, ja. Der ist ganz schön mutiert. Kralle. Ich muss mich jetzt wieder um meinen Bruder kümmern. Brause. Nun. Das ist schon scheiße. Ich speichere mal. Ich hoffe, er kriegt eine Lösung, um ihn zu heilen. Da ist noch was zum Teleportieren. Da ist ein Hütchen. Was haben wir eigentlich gesucht hier? Flusszelt. Wieder so ein scheiß Hornwolf. Ja, es ist kein junger Hornwolf. Es ist normaler. Mit einem Pfeil. Wir müssen dann nochmal jetzt zurück nach Goliath. Bericht erstatten. Ich schau mich vorher noch mal kurz um, wenn das irgendwie geht. Ohne gleich auf die Feuer. Oh Gott. Tschüss. Tschüss. Ey, so viele Viecher, ne? Wir haben schon einen Haufen Teleporter jetzt aktiviert. Ähm. Tava haben wir. Wir könnten nochmal hier den Fort. Oh Gott. Oh Gott. Lava See. Hier oben waren wir überhaupt noch nicht. Oh Scheiße. Ist das alles groß, ey. Relikt. Das würde mich auch interessieren. Hm. So. Kaldrim. Das war derjenige, welche. Dem wir gesagt haben, guck mal, wir sind Alp. Wenn ich mich recht entsinne. Der rennt hier unten rum. Vielleicht können wir ihm ja auch sagen, du, der ist krank. Der hängt an seinem Bruder. Da ist er. Speicher mal. Würde ich ihm wirklich gerne helfen. Wegen Kral. Äh, Krall. Wegen Kral. Ja. Ich habe ihn gefunden. Verraten tun wir ihn nicht. Er ist tot. Verdammt. Hatte er wenigstens das Elex bei sich? Nein. Tja. Damit geht sie dahin. Unsere einzige Spur. Trotzdem. Danke. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühen. Da fällt mir was ein. Vielleicht könntest du mir bei einer Sache helfen. Ja. Warum nicht, ne? Und was soll das sein? Also, die Sache ist die, ich habe bei einem unserer Setzer ebenfalls eine merkwürdige Präsenz festgestellt. Ähnlich wie bei dir, nur andersherum. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Er ist ein Setzer. Wenn ich dorthin gehe, wird er mir niemals die Wahrheit erzählen. Ich gehöre zum Clan der Nebelkrähen und er zum Hammerclan. Er würde denken, ich wolle ihn wegen irgendetwas in den Wald verbannen. Sein Name ist Orik. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du als Unbeteiligter zu ihm gehst. Das war doch der, der mit dem Outlaw gehandelt hat. Mysteriöse Aura. Der Orik war hier drüben irgendwo, glaube ich. Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen questen, um tatsächlich nochmal vielleicht ein Level zu bekommen. Das ist doch die Dings, ne? Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Ne, das ist eine andere. Heiler. Stand da nicht mehr hier irgendwo rum? Meinst du wirklich? Ja, ja. Ich meine wirklich. Ähm. Weiter unten. Ja, das war weiter unten. Hoppula. Passer doch. Aber das ist Ornir, nicht Orik. Ähm. Ach nee, Moment mal. Die Felder waren hier hinten, ne? Das war doch der, dem wir geholfen haben, hier die Viecher platz zu machen. Das ist ein Zufallsevent, sag ich mal. Der Randall in my Counter. Ähm. Hallo? Jemand da? Äh. Nein. Oh, Bett. Hallo? Ja, genau der war das. Wie läuft die Arbeit hier auf den Feldern? Es läuft, wie es immer gelaufen ist. Bomb bekommt von Kaldrim das Mana geliefert und wir züchten damit die Setzlinge. Es wäre nicht so aufregend, wenn nicht die gelegentlichen Mutantenangriffe wären. Ähm. Kaldrim schickt mich dich verraten. Äh. Nö. Klappt die Arbeit mit Kaldrim gut? Ja, also. Ja. Naja. Es ist nicht immer ganz leicht. Kaldrim ist sehr strikt in seinen Regeln. Bei ihm ist kein Platz für Experimente. Experimente? Was meinst du mit Experimente? Ach, es ist nichts. Nur, ich meine, ich versuche gerne mal etwas anderes als die üblichen Techniken. Ich bin der Meinung, wenn wir nichts Neues versuchen, dann werden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Hm. Was hältst du von Born? Er ist ein guter Chef. Ich arbeite gern mit ihm zusammen. Er lässt mich sogar manchmal experimentieren. Was machst du so in deiner Freizeit? Oh, das Übliche halt. Ich gehe in die Taverne oder treffe mich mit Freunden. Ab und zu arbeite ich sogar freiwillig weiter. Irgendwie entspannt mich die Arbeit. Na, das ist ja einer. Du arbeitest in deiner Freizeit? Ja, das kommt manchmal vor. Weißt du, nicht alles, was ich hier mache, ist von oben abgesegnet. Und da kann es praktisch sein, nachts zu arbeiten, wenn niemand zuschaut. Klingt interessant. Erzähl mir mehr. Klingt interessant. Erzähl mir mehr. Schön, dass sich jemand dafür interessiert, was ich mache. Was willst du wissen? Hm. Hm. Was würde Kaldrim sagen? Hm. Hm. Was würde wohl Kaldrim dazu sagen? Was willst du denn damit sagen? Vermutlich würde er mich verbannen lassen. Vielleicht sollte ich lieber nichts mehr sagen. Okay. Okay. Werde ich nicht. Also ich habe ein kleines, sagen wir, Selbstexperiment durchgeführt. Wenn ich damit Erfolg habe, wird es das Wesen der Berserker von Grund auf ändern. Ich habe einen gesunden, reifen Setzling ausgepresst und den Saft getrunken. Ich habe das Gefühl, als würde ich alles verstehen. Ich meine alles. Es ist unbeschreiblich. Das ist eine gute Frage. Hast du was davon für mich? Hast du auch etwas davon für mich? Bist du wahnsinnig? Ein Setzling, der reif genug ist, um in die Welt getragen zu werden, kommt frühestens alle halbe Jahre mal vor. Der Rest schafft es nicht. Ich hatte Glück, einen zu finden, ohne dass jemand dabei war. Ich merke bereits, wie eine Veränderung durch meinen Körper geht. Nicht mehr lange und ich werde eine Evolutionsstufe aufsteigen. Wenn du das sagst. Glaub mir. Wenn ich nochmal einen Setzling in die Finger kriege, dann ist es endlich soweit. Aber genug davon. Nicht, dass uns noch jemand hört. Das nächste Mal bekommst du was ab. Versprochen. Ich sollte jetzt wieder los. Wir sehen uns. Ich will auch. Oh, guter Wühler. Hm. Oh, was war das? Achso, Pilz. Ähm, Aufzug haltereben. Ich meine, die Dinger sind ja reines Manner, ne? Baaah, Gott. Äh. Da hoch, glaube ich, geht auch. Oder? Ne, Moment, das geht nicht. So lang. Hm. Alle halbe Jahre, so ein Weltenbaum sitzt auf meine Fresse. Das gibt auf die Finger. Hm. Wie sieht das mit... Wo? Ich muss mich mal irgendwo hinstellen, wo mich keiner... Blöd anquatscht wegen dem Tech-Zeug. Hm. Das ist auch ein bisschen blöd gemacht mit dem Erfahrungsbalken. Ja, ein bisschen was ist es noch. Ähm. Da hinten war er, ne? Ne, noch eins höher. Oder? Ne, hier sind wir richtig. Ich... Ja. Zurück.